Wenn Sie in Illustrator lästige Aktionen automatisieren möchten, können Sie das nicht nur über die Aktionspalette tun, sondern auch über Skripten. Skripten ist eine Möglichkeit, Illustrator noch mehr Dinge tun zu lassen, die Sie sonst selber machen müssten. Sie können per Skript das Programm sozusagen fernsteuern. Die ganzen Befehle greifen direkt auf das Programm zu, ohne dass Sie irgendetwas tun müssen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Skripte zu schreiben. Unter Datei Skripten finden Sie einige Vorgefertigte. Zum Beispiel das Dokument als Flash exportieren, das Dokument als PDF speichern, das Dokument als SVG speichern. Dann gibt es hier noch Flex Skins erstellen und exportieren oder interaktiv nachzeichnen. Dies ist übrigens dasselbe Skript, das von der Bridge verwendet wird. Möchten Sie ein anderes Skript benutzen, können Sie hier auf diesen Punkt gehen und finden im Illustrator Programmordner einige Beispielskripte. Ich habe jetzt einige hier mal rausgesucht, die man zum Beispiel mal anschauen kann. Zum Beispiel gibt es hier ein Skript, das heißt Remove Artboards. Wenn ich das einfach öffne, wird einfach immer die letzte Seite im Dokument gelöscht. Das ist ja todsimpel. Eigentlich schon. Andererseits könnten Sie das jetzt auch wieder in einem Skript aufrufen, sodass da wieder gleich automatisch mehrere Seiten gelöscht werden. Das passiert natürlich nur, wenn Sie im Skript entsprechende Kriterien festlegen, dass beispielsweise nur leere Seiten gelöscht werden dürfen. Seiten, auf denen sich etwas befindet, die sollten natürlich schon im Dokument verbleiben. Die Intelligenz des Skripts geben Sie in der Skriptsprache an. Es gibt mehrere verschiedene Skriptsprachen. Wenn ich jetzt hier auf anderes Skript gehe, kann ich Ihnen hier mal zeigen, was Illustrator alles versteht. Es versteht JS, JavaScript, dann VBA-Skript, also auch verschiedene ausführbare Dateien, die wie Programme kompiliert sind. Und dadurch können Sie natürlich in mehreren Programmsprachen arbeiten. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel mal sagen, dieses Align Text möchte ich einmal nehmen. Wenn ich das Skript aufrufe, dann passiert folgendes, der Text wird einfach nur ausgerichtet. Das macht Illustrator dann mit allen Textboxen, die er findet in dem jeweiligen Dokument. Und das kann natürlich eine ganze Menge sein. Auf die Art kann man manchmal schnell viele, viele, viele kleine Textboxen ausrichten, was zum Beispiel bei Formularen vorkommen kann. Ein anderes Skript greift direkt auf Bedienfelder zu. Und zwar, wenn ich das Skript mal zeige, Symbols from Styles. Wenn wir das einmal öffnen, erstellt Illustrator ein neues Dokument und greift in meiner alten Datei auf die Grafikstile zu. Und zwar benutzt er diesen Grafikstil, den einfachen Grafikstil, und erstellt daraus für mich hier ein neues Symbol. Und auch der Standardstil wurde genommen. Also die ersten beiden hat er genommen. Manche von diesen Beispiel-Skripten sind entsprechend beschränkt, sodass nicht alles automatisch funktioniert, damit Sie diese Beispiel-Skripte noch einmal selber anfassen und verändern und optimieren können. Da bei einem Skript meistens kein Weg zurück existiert und mit STRG-Z irgendwie gar nichts rückgängig gemacht werden kann, sollten Sie ein Skript nur ausprobieren, wenn Sie eine Kopie der Datei gemacht haben. Das gleiche würde ich übrigens bei Aktionen empfehlen. Das macht eigentlich schon richtig Sinn. Dann kann ich mir hier noch ein kleines Skript angucken. Wenn ich hier verschiedene farbige Elemente habe, mache ich mal hier einfach so drei bis vier. Das reicht dann schon. So, jetzt habe ich hier verschiedene farbige Elemente gemacht. Die mache ich alle aktiv und jetzt möchte ich das Skript ausführen, das ich auch noch rausgesucht habe. Das ist dieses Swatch Group from Art. Und jetzt wird hier in meinen Farbfeldern eine neue Farbgruppe erstellt mit den Farben der ausgewählten Grafikelemente. Das kann natürlich auch ein sehr schöner, schneller Weg sein, zumal Sie ein Skript, wie gesagt, auch so automatisieren könnten, dass möglicherweise mithilfe von überwachten Ordnern gearbeitet wird und ganze Ordner auf diese Art abgearbeitet werden. Das ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie zum Beispiel alte Dateien haben, die Sie nun um diese neuen Funktionen ergänzen und erweitern möchten. Mit überwachten Ordnern kann Illustrator direkt selber nicht umgehen, aber wir könnten ja eine Stapelverarbeitung machen. Und das funktioniert natürlich dann ziemlich gut. Mit entsprechenden Zusatztools kann man die Skripte natürlich noch weiterentwickeln und weiterprogrammieren. Oder man kann Zusatztools beschaffen, die eben auf dem System, auf dem Server mehrere überwachte Ordner sehen und wenn da irgendeine Datei reingepackt wird, eine bestimmte Reihe von Skripten automatisch abläuft. So hohe Anforderungen an Automatisierung gibt es allerdings meistens bei Illustrationen nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch mal vorkäme.